Wie vielen bestimmt schon aufgefallen ist, spielen namhafte Solisten mit durchaus unterschiedlichen Handhaltungen. Das heißt, bei einigen Geigern und Geigerinnen treffen die Finger steiler auf das Griffbrett, bei anderen flacher. Bei flachen Fingern liegt mehr Fleisch auf dem Griffbrett auf und der Fingerfall ist weicher. Die Vibratoamplitude wird größer, der Ton nimmt in der Regel an Breite zu. Bei steileren Fingern treffen diese Härte auf das Griffbrett, was die Pergression erhöht. Der Kontakt zwischen Seite und Griffbrett wird etwas schneller geschlossen, wodurch es vielleicht auch etwas prägnanter klingt. Da bei steileren Fingern die Auflagefläche auf dem Griffbrett geringer ist, kann der Ton leichter schlank gehalten werden. Auffallend ist jedoch, dass viele als sehr virtuos geltende Violinisten mit einer sehr steilen Fingerposition und hohen Daumen spielen. Ein Grund ist natürlich auch die persönliche Physikonomie. Aber letztendlich benutzen Geiger, welche sich durch ein farbenreiches Spiel auszeichnen, alle mehr oder weniger bewusst, alles Spielweisen. Wenn wir uns hier im Film auf den Mittelweg einigen, meine ich, Ihnen eine gute Grundlage vermitteln zu können. Falls Sie meinen ersten Film, der Bogenarm, gesehen haben, erinnern Sie sich an die ersten Einstellungen, in der ich die beiden Hände zeige, wie Sie diese Ovale bilden. Bei der rechten Hand liegt der Mittelfinger auf dem Daumennagel und bei der linken der Daumen auf dem Nagel des Mittelfingers. So entsteht diese entspannte Haltung. Die Pfeile verdeutlichen nun, wie der Mittelfinger der rechten Hand auf dem Daumennagel liegt und die Daumennagelspitze das obere Gelenk des Mittelfingers berührt und wie der Daumen der linken Hand auf dem Nagel des Mittelfingers liegt. Im zweiten Teil konzentrieren wir uns jetzt mehr auf die linke Hand und entfernen nun den Daumen vom Fingernagel, um für den Geigenhals Platz zu schaffen. Achten Sie darauf, dass diese Rundung erhalten bleibt, wofür wir jetzt eine kleine Übung einbauen. Halten Sie die Hand so, dass diese an der Handinnenseite eine Fläche bildet. Die sieht so nicht wirklich locker aus. Bewegen Sie nun den Daumen vom untersten Gelenk, also mit dem Daumensattelgelenk, nach oben, bis das erste Gelenk des Daums beim Mittelfingernagel angekommen ist und der Daumen auf dem Fingernagel liegt. Dadurch entsteht für mich die beste Höhe der Hand und der richtige Winkel, in dem die Finger auf dem Griffbrett stehen sollen. Der Daumen befindet sich ungefähr in der Mitte der Hand und bietet den Fingern Stabilität. Dieses Dreieck bildet einen Rahmen, welcher der Hand ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Im Gegensatz dazu eine Handhaltung, die aus meiner Sicht vor allem dem vierten Finger keine Hilfe ist. Jetzt schaffen wir wieder Raum für den Geigenhals und machen die vorherige Übung mit der Violine. Ich stelle nun die Finger in die erste Position, also der Halbton ist zwischen dem zweiten und dritten Finger und der Daumen schiebt sich vom Daumensattelgelenk aus nach oben, sodass er ungefähr beim Mittelfinger den Geigenhals berührt. Erinnern Sie sich wieder an das Gefühl, einen Tennisball in der Hand zu halten, was die Handinnenseite wieder ganz rund und entspannt werden lässt. Der Mittelfinger dient lediglich als Orientierungshilfe. Achten Sie jedoch darauf, dass dieses nach oben nur aus dem Daumensattelgelenk und nicht aus dem Handgelenk entsteht, sodass diese leichte Rundung des Handrückens erhalten bleibt. Sie geben so den Fingern die Möglichkeit, immer in der gleichen Art, mit der gleichen Fingerposition und im richtigen Winkel nämlich von oben auf das Griffbrett zu treffen. Aus dieser Position entsteht ein Fingerfall mit viel Artikulation und Perkussion. Sie sehen hier den Wechsel zwischen einer hochstehenden Hand und einer tiefer positionierten Hand. Bei der höheren Hand treffen die Finger steiler und mit mehr Artikulation auf das Griffbrett. Das heißt, der Weg zwischen Seite und dem Griffbrett wird in der Regel schneller geschlossen, sodass der Wechsel zwischen den einzelnen Tönen sehr scharf getrennt klingt. Wohingegen bei der tiefer positionierten Hand, bei der die Finger flacher aufgesetzt werden und mehr Fleisch das Griffbrett berührt, der Ton weicher wird und Läufe über das Griffbrett huschen wie Katzenpfoten über ein Blechdach. Ich glaube, der Unterschied zwischen hoher und tiefer Hand ist hier ganz gut zu erkennen. Durch eine Glasplatte gefilmt können Sie sehen, welche Auflagefläche steile Finger haben und wie viel mehr Fleisch bei flachen Fingern das Griffbrett berührt und wie eng in den hohen Lagen doch die Halbtöne nebeneinander liegen. Da muss dann der eine Finger dem anderen Platz machen, was bei dickeren Fingern natürlich viel früher beginnt. Ich gehe in diesem Film von einer höheren Position aus. Die Bewegungsabläufe bleiben jedoch für mich die gleichen, ob man mit einer hohen oder tiefen Hand spielt. Die Vorstellung ist, dass die Bewegungen der Finger auf das Griffbrett mit diesen Gelenken ausgeführt werden. Dieses Gelenk verbindet den Handmittelknochen mit dem ersten Fingerglied. Der Finger soll sich wie ein Haken verhalten, ohne die anderen Gelenke beim Heben oder Senken in ihrer Position zu verändern, egal ob der Finger steil oder etwas flacher aufgesetzt wird. Ich nehme hier den Daumen bewusst etwas weiter nach links, damit man die Finger besser sehen kann. Je weniger Gelenke bei dieser Bewegung beteiligt sind, je weniger sich die Winkel zu den einzelnen Gelenken verändern, umso genauer werden sie den richtigen Punkt auf dem Griffbrett treffen. Dies macht natürlich nur Sinn, wenn ich in der gleichen Griffposition bleiben möchte. Da ich mich jetzt über dem weißen Punkt befinde, muss ich beim Weg auf das Griffbrett die einzelnen Fingerglieder wieder ordnen, um den gelben Punkt zu treffen. Der ähnliche Fehler ist, die oder den Finger beim Wegnehmen des Tones zusammenzutreten. Sie sehen, ich bin jetzt über dem weißen Punkt und nicht mehr über dem Zielpunkt gelb. Ich muss jetzt also während des Fingerfalls den Finger wieder strecken, um diesen gelb markierten Ton zu erreichen. Dabei entsteht beim Auftreffen auf das Griffbrett ein seitlicher Impuls. Der Ton wird unpräzise, schwammig und nicht brillant klingen. So werden Sie auch keine zuverlässige Intonation erreichen. Vermeiden Sie also beim Hochheben der Finger das Strecken oder Zusammenziehen der Gelenke, da Sie sonst Ihre Griffposition immer wieder neu aufbauen müssen. Das trifft wiederum nur zu, wenn Sie in die gleiche Griffposition zurück müssen.